meine damen meine herren ahoi und herzlich willkommen bei dem pretty old pixel ich heiß alexander und ich darf mich wieder recht herzlich dafür bedanken dass ihr eingeschaltet habt in eine aktuelle replay folge zum spiel christoph columbus auf dem pc in der letzten folge haben wir die ersten schritte im spiel gewagt wir haben land entdeckt wir haben unsere ersten kolonien gegründet zum teil habe ich auf friedliche art und weise die indianer davon überzeugen können mitglied meiner kolonie zu werden indem ich sie gestochen habe mit hand zum teil habe ich sie gewaltsam angegriffen das war nicht allzu schlau denn ich habe tatsächlich zwei expeditionen verloren weil die indianer stärker waren als ich das sind alles erfahrungen die ich gemacht habe und diese fehler werde ich bestimmt beim nächsten mal nicht mehr machen mein ziel der heutigen partie ist geld mit den kolonien zu verdienen und hier habe ich einige wertvolle tipp von ricardo bekommen vielen lieben dank dafür die werde ich auch direkt umsetzen zum beispiel dass ich die nahrungsmittel nur für die seereise benötige nicht jedoch für die expeditionen oder für die siedlungen für diese muss ich weder wasser noch zwieback mitnehmen sondern wirklich nur für die schiffsreise das ist schon mal eine sehr wichtige info für mich wichtig war auch die information dass ich möglichst viele siedler jetzt in die kolonien bringen muss denn die orte die ich im kampf erlangt habe die haben keine kolonisten bzw keine siedler das heißt dort muss ich dringend personal aufstocken und ich brauche natürlich auch personal für meine plantage die ich gebaut habe wenn ich es richtig gesehen habe brauche ich 100 personen um eine plantage optimal nutzen zu können und so viele habe ich noch nicht so genug geredet wir fangen an und wir laden unseren alten spielstand der spielstand hat den namen alex 1 das wählen wir jetzt aus und laden es direkt und wir sind im jahr 1498 angelangt hier sehen wir unser schiff die santa maria und unseren heimathafen civilja aber wir machen zunächst einmal eine bestandsaufnahme das heißt wir schauen uns an was wir alles haben und das ist die erste kolonie die wir haben tobago wir haben 53 siedler 200 tonnen lagerkapazität und 14 tonnen waren im lager wir verfügen über 1595 duplonen die wir noch in dieser stadt haben und wir haben eine kirche gebaut ich klicke das mal an gehen wir mal auf die informationen waren und das sehen wir dann auch wir haben hier wasser und zwieback das ist total überflüssig wir haben hier noch tant wir haben zucker das ist das was wir produziert haben okay wunderbar das heißt diese 14 tonnen die hier angezeigt werden das bezieht sich hier nur auf die waren die ich hier wohl auch handeln kann nicht auf die produkte die ich hier im lager habe das ist auch interessant zu wissen wundert euch nicht dass hier ein s steht das steht für spanien hier haben wir unsere zuckerplantage eine produktion von 28 tonnen ist möglich es ist zu 75 prozent ausgelastet ich habe im handbuch gelesen dass man 100 bewohner benötigt um eine plantage zu 100 prozent auszulasten das heißt als nächstes werden wir hier kolonisten aus der alten welt hin transferieren damit die stadt hier gedeiht und größer wird und wir auch genügend arbeiter für die plantage haben dann gehen wir mal weiter gucken hier oben war nichts hier ist eine weitere stadt die wir gegründet haben santa cruz hier haben wir null siedler das erklärt sich ganz einfach das war glaube ich eine siedlung der indianer die ich mit gewalt übernommen habe und es ist klar dass die indianer nicht gerne in meiner siedlung wohnen das verstehe ich dann gehen wir noch mal weiter links das ist sankt helena dort haben wir 32 siedler und wir haben hier oben noch eine indianer siedlung mauritius da habe ich meine letzte expedition verloren ich habe dort angegriffen aber ohne erfolg das werden wir jetzt gleich anders machen da werden wir mit hand versuchen den häuptling zu überzeugen uns einfach anzuschließen und hier oben haben wir auch noch ein nicht entdecktes gebiet vielleicht haben wir dort auch noch eine indianer siedlung ich bin mal gespannt ok dann gehen wir mal zurück ins hauptmenü und wir gehen hier in die kneipe und heuern noch leute an wir haben 70 mann bereits an bord aber wir nehmen 100 mann mit wir gehen hierher und kaufen noch etwas wasser zwieback und für den rest kaufen wir tant ok das war's und jetzt müssen wir irgendwie versuchen an unser schiff zu kommen und da ist es perfekt also fünf bewegungspunkte und wir haben proviant für drei runden alles klar das heißt wir müssen uns beeilen die erste runde ist vorbei wir sind jetzt im jahr 1499 und wir bilden jetzt eine expedition und wir nehmen mit tant und ich würde sagen na alle nicht das schiff muss ja noch manövrierfähig bleiben so das reicht und wir gehen an land und mit dem schiff haben wir wieder zurück denn es macht keinen sinn ein schiff hier auf rede zu halten denn wir verbrauchen dann nur probiant wir haben hier noch probiant für zwölf runden das sieht man was es ausmacht so viele menschen an bord zu haben und wir gucken mal ob wir nicht unsere siedler hier noch bewegen können aber nein das geht nicht null bewegungspunkte alles klar gut dann beenden wir die runde und wir haben 1500 und ich vermute dass es eine sehr schöne silvester party gab bei solch einem runde neujahr und wir sehen hier dass spanien die bombarde entwickelt hat interessant gut wir fahren wieder zurück und wir gehen wieder in den heimathafen gleiches spiel wie gerade besatzung 100 mann wir kaufen wieder etwas wasser und zwieback ja und tant brauchen wir nicht wir haben ja genügend tant bei der letzten expedition mitgenommen das können wir uns sparen und wir gehen mit unserer expedition in die stadt und da ist auch schon unser schiff ich möchte aber erstmal nochmal in die stadt hinein gehen und schauen ob sich hier was verändert hat jawohl das sehen wir es und wir haben hier 63 zucker schon das ist ja klasse und 34 tant und 139 siedler das heißt ich werde jetzt hier gleich eine expedition bilden das mache ich jetzt sofort ich nehme mal 30 mann mit und den tant komplett komplett und wir haben die expedition losgeschickt interessant ist das wenn man den ersten schritt macht aus dem hafen oder aus der stadt man sämtliche bewegungspunkte verbraucht okay das war es glaube ich ja das war es und wir beenden wieder die runde 1501 und wir bilden hier wieder eine expedition und wir gehen damit jetzt in den anderen hafen tobago oh schaut mal da hat sich was geändert das sieht jetzt aus wie ein haus und nicht mehr wie eine hütte ich schaue mal ob ich hier noch eine expedition bilden kann aber nein das geht nicht oder muss ich doppelklicken moment expedition bilden wir nehmen einen mann auch wenn selber das für wahnsinnig hielt moment kann man gar nicht und ich nehme mal zucker an bord wir brauchen nämlich geld perfekt das schiffen wir dann bald ein und wir beenden die runde und wir haben 1502 oh das schiff hat nicht genügend lade kapazität das ist ja doof das war jetzt zu schnell aber egal so damit gehen wir jetzt weiter das war falsch so was hatte ich denn hier dass ich nicht genügend kapazität habe hm 91 ausrüstung das ist natürlich doof ich habe eine idee so das heißt ich muss hier wieder zurück und wir bleiben hier so gleich müsste das dorf kommen in sichtweite aber ich kann ja eine expedition bilden haha also ein mann und dann nehmen wir ein bisschen weniger mit das verstehe ich nicht wieso hat mein schiff nicht genügend kapazität versteht ihr das nochmal so viel habe ich doch gar nicht geladen aber ich habe leider keine bewegungspunkte mehr ja ja das ist alles ein bisschen komplizierter hier hm 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 ok dann schauen wir mal was wir hier oben haben das sind jetzt die 88 siedler hier waren die 32 siedler 33 und da gehe ich jetzt gleich hin ok wie kann ich hier die runde beenden so space muss ich drücken das hat jetzt glaube ich geklappt und wir wollen handeln handeln jawohl und das hat jetzt funktioniert den lassen wir jetzt hier noch auf halde und schaut mal ich habe jetzt neun bewegungspunkte für das schiff und ich gehe jetzt einfach mal hier mit der expedition in die stadt das heißt die 30 mann der expedition werden jetzt bestandteil der siedlung und wir sind in der stadt und das nutze ich jetzt aus wir verkaufen jetzt ware zwar zucker wir brauchen geld und das hat sich schon mal gelohnt klasse wir nehmen wieder männer mit aber vorher ob das war falsch Entschuldigung kaufen wir proviant land wasser noch mal tuch und holz und 100 mann besatzung und das war's mehr kann ich nicht mehr machen und wir schicken das schiff wieder los da ist wieder die expedition so sind jetzt direkt in die stadt gekommen ich glaube ja 212 siedler das sieht schon mal gut aus und waren im lager 112 klasse und wir fahren wieder zurück nein ich möchte die runde noch nicht beenden Moment was macht unsere plantage 100% produktion das ist auch super und ich habe genügend siedler 212 um eine zweite plantage in betrieb zu nehmen das heißt ich werde gleich von dem geld was ich verdient habe etwas mitnehmen damit ich hier tatsächlich meine zweite plantage bauen kann ok dann gehen wir mal hier hoch 173 siedler hier kann ich auch eine plantage anlegen was haben wir hier 35 und 96 alles klar nächste runde 1506 auf nach hause und wir verkaufen 40 tonnen für 34 dublonen und haben jetzt 6.419 und haben jetzt 6.419 wir haben immer noch 15 tonnen wasser und 15 tonnen zwieback das ist noch nicht schlecht und wir holen uns wieder 100 mal besatzung und wir nehmen jetzt ganz viel geld mit und zwar 6.000 ich vermute dass wir uns bald ein gutes Schiff leisten können das ist die hoffnung die ich habe so und jawohl das geld ist transferiert und es geht weiter und zwar bilde ich hier nochmal eine expedition ein mann und ich nehme mal 50 zucker mit ich glaube ich muss mal ein paar leerfahrten machen denn ich produziere hier echt viel und ich habe ja nur 200 tonnen kapazität in der stadt gut das war's das war's da pausieren wir hier gehen jetzt wieder 90 man von bord oder 85 besser oder 85 besser und mit der restlichen besatzung segle ich nach tobago so so und es geht wieder zurück na wir haben noch 11 tonnen dann machen wir folgendes hier es sind 17 tonnen hier sind 17 tonnen wenn ich das richtig gesehen habe genau 17 tonnen und ich warte hier und lade es dann gleich hinzu. So. Nein, nicht beenden, denn ich kann noch, da das Schiff sich jetzt im Hafen befindet, noch in den Heimathafen hinein und die Waren verkaufen. Immer noch 34 Duplonen. Die Frage ist, ob sich die Preise ändern. Bin mal gespannt. Wir kaufen wieder Proviant. Entschuldigung, da war ich zu schnell. Wieder Besatzungsmitglieder. Und das war's. Nächster Zug. Nein. Was kann ich hier noch machen? Gar nichts, ne? Also, ich brauche jetzt Geld. Ich brauche mehr Schiffe. Weil Dieter habe ich jetzt genügend. Und so, wo sind meine Duplonen hin? Nein, hier war's nicht. Auch nicht. Sind die noch an Bord? Ich glaube, ja. Okay. So, da habe ich keine Bewegungspunkte mehr. Dann beenden wir auch diesen Zug und fangen direkt mit dem neuen Zug an. Ja, hier ist noch das Geld. Okay. So. Und eine zweite Expedition. Und da nehmen wir nur das Geld. Das war ein Fehler. Ich hätte ja direkt auf das Haus klicken können. Dann wäre es direkt dort gewesen. Das war doof. Leider gibt es auch keine Taste, um den Zug rückgängig zu machen. Schade, schade. Gut. Dann würde ich sagen, verschippen wir wieder ein paar Waren. Wie viel passen hier rein? 60 Tonnen. Ich brauche ein zweites Schiff. So. Also, es klappt, dass ich hier direkt das Schiff belade. Das ist super. Verkaufen wir alles. Perfekt. Ich bringe jetzt keine Kolonisten mehr auf die Insel. Ich glaube, ich habe genug. Ich brauche den Lagerraum für den Zucker und nicht für die Nahrungsmitteln. Wir haben hier noch 9 Tonnen Zwieback und 9 Tonnen Wasser. Das muss reichen. Na, vielleicht brauche ich doch noch ein paar, Mann, aber nicht so viele. Man braucht mindestens 6, habe ich gerade gesehen, um das Schiff zu bemannen. Okay. So, nein, wir beenden noch nicht. Denn wir haben jetzt 7700 Dublonen und da machen wir noch einen Stadtausbau. Das geht nicht. Okay. Zu wenig Geld. Aber Zucker geht. So, und wir müssen ein bisschen Abstand halten. Stand zumindest im Handbuch. Also nicht direkt benachbarte Felder nehmen. Das heißt, wir nehmen das hier mal. Okay. Und ihr seht auch hier, das sind nur 20 Tonnen, die hier produziert werden. Im Gegensatz zu den 28 Tonnen, die hier produziert werden. Interessant. Wir haben noch 2.707 Dublonen. Ich glaube, ich erweitere mein Lager um 100 Tonnen. Das kostet auch nur 800 Dublonen. Okay. Gut. Dann werden wir hier, glaube ich, eine Mine errichten. Hier und hier. Das wäre der Plan. Und ich habe mal auf die Karte geguckt. Also, das hier ist dann schon eine Siedlung. Das hier unten ist nur eine Mission. Und das hier ist Sumpf. Und das sind Felsen. Da bin ich mal gespannt, ob ich hier irgendwelche interessanten Rohstoffe finde. Aber ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin, ob ich hier eine Eisenmine oder eine Goldmine oder eine Silbermine installieren soll. Woher weiß ich denn, wie effektiv die sind? Es fehlt so eine Art Scout, der mir vorher sagt, ob es sich lohnt, hier an der Stelle eine Mine zu errichten oder nicht, wie das beispielsweise beim Siedler der Fall ist oder auch bei Anno. Gut. Können wir noch irgendwas machen? Nein. Dann fahren wir wieder in den Norden. wobei ich glaube, ich muss hier hin, genau. Und wir nehmen wieder ein Besatzungsmitglied und 60 Tonnen Zucker. Und ab direkt mit den Matrosen und der Ware aufs Schiff. Und wir nutzen es aus, dass wir noch drei Bewegungspunkte hatten. jetzt ist es 1514. Und wir verkaufen wieder unseren Zucker. Zwieback und Wasser brauchen wir nicht. Wir haben noch acht Tonnen, das lassen wir so. Und ich will die Runde nicht beenden. Ich möchte nochmal in den Heimathafen. Geht das, wenn kein Schiff da ist? Ja, das geht. Und zwar in die Werft. Es liegen keine Angebote für gebrauchte Schiffe vor. Schade, schade. Und wie teuer ist denn ein Neubau? Und das Schiff kostet 6.250. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Und was ist mit der Karacke? Die ist teurer. Hat aber auch doppelt so viel Tragfähigkeit. Aber ich kann es mir noch nicht leisten. Gut. Dann wird es wieder eine Karavelle. Oh, die Bauzeit beträgt zwei Jahre. Das hört sich eigentlich sehr viel an. Aber ist es nicht. Denn ihr seht, wie schnell die Runden sind. Alles klar. Okay. Weiter im Programm. So, wir produzieren hier sehr eifrig Zucker. Das ist super. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. 66 Tonnen. Okay, nochmal. Zahlen kann ich hier nicht eingeben. Das ist schade. Das heißt, ich muss hier wirklich immer den Knopf gedrückt halten. Mit dem Risiko, dass ich zu viel einlade. Das ist nicht so komfortabel. Aber ich kann damit leben. Und wir haben ein zweites Schiff. Das Schiff nennen wir Nina. Und die Preise sind hier wirklich sehr stabil. So, wir haben immer noch genügend. Schaut mal. 6 Tonnen Zwieback und 6 Tonnen Wasser. Okay. So, das Schiff müssen wir jetzt erstmal ausstatten. Dann nehmen wir 10 Mann. wir kaufen hier 8 Tonnen Zwieback, 8 Tonnen Wasser, 2 Tonnen Tuch, noch eine Tonne Holz, 3 Tonnen Pugeln, eine Tonne Pulver und ihr Kanon. Okay. Und auf geht's. Nein, noch nicht beenden. 63 Tonnen passen hier drauf. Dann laden wir die mal ein. Das war zu viel. Das ist das, was ich gerade meinte. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man über die Tastatur auch die Zahlen eingeben könnte. Auf nach Hause. Oh, doch. Jetzt hat sich der Preis verändert. Schaut mal. Jetzt kriegen wir nur noch 33 Duplonen und nicht mehr die 34, die wir vorhin bekommen haben. Und ich habe nicht allzu viel verbraucht. Perfekt. Dann können wir direkt wieder in See stechen. Und dann können wir wieder ein Mann und 70 Tonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Die sind jetzt an Bord. und wir müssen wieder beenden. Gleiches Spiel wie vorhin. Das war falsch. Erstmal muss man hier die Siedlung anklicken. Und dann kann ich hier die Expedition bilden. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, wie viel hier reinpasst, aber okay, das hat funktioniert. Zwei Tonnen habe ich noch übrig, aber das ist mir jetzt egal. Okay. Oh, wieder vertan. Und was haben wir hier? Tuch brauchen wir noch und Holz. Das war der Grund, warum ich bei meinem Schiff eine höhere Lagerkapazität hatte, weil ich schlicht und einfach weniger Nahrungsmittel und weniger Stoff und weniger Holz an Bord hatte. Gut. Und wir fahren jetzt auch hier. So, perfekt. Leider gibt es hier auch keine Automatisierungsfunktion, sprich, wo ich Handelsrouten festlegen kann. Das heißt, ich muss hier jede Einheit selber mit der Hand steuern und die Befehle geben. Okay. Das war's. Und ich schlage vor, dass wir noch zwei Jahre spielen. Erstmal laden wir hier wieder das Schiff. Zu viel. Fünf Tonnen habe ich noch. Dann mache ich das noch. Kann ich nur Zucker transportieren? Wir probieren das mal aus. Nein. Nur Zucker geht nicht. Ein Mensch muss dabei sein, oder? Moment. Vier Tonnen. Waren es nicht gerade fünf? Egal. Und wir verkaufen wieder. Perfekt. Perfekt. Und wir sollten ein drittes Schiff, glaube ich, in Auftrag geben. Das machen wir jetzt auch. Für 6.250 Duplonen. Da haben wir noch genug. Und zwei Jahre. Alles klar. Beauftragt. Und wir sehen auch hier, dass die Abnutzung unseres Schiffes gar nicht so groß ist. Takellage liegt bei 97%. Rumpf bei 99%. Das ist nix. So. Alles klar. Wir beenden wieder diesen Zug. Und es wird jetzt das letzte Jahr für diese Folge. Und Spanien entwickelt die Galeone. Interessant. Wir haben einen neuen Schiffstyp. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Aber erst verkaufen wir Salzsucker. Und kaufen wieder ein paar Nahrungsmittel ein. Und schauen uns jetzt mal die Galeone an. Sehr schick. Oh, das lohnt sich. Schaut mal. 800 Tonnen kann ich hier mit transportieren. 30 Kanonen. 34 Mann Besatzung. Das passt natürlich nicht ganz bei 30 Kanonen. Geschwindigkeit 8. Und die Bauzeit beträgt schon 9 Jahre. Kostet auch 40.000 Duplonen. Ist natürlich sehr viel Geld. Habe ich leider nicht. Gut. Meine Damen. Meine Herren. Mit diesem idyllischen Ausblick auf die Hafenanlage. Mit dem Angler und den Damen. Die sich dort unterhalten. Möchte ich gerne die heutige Sendung beenden. Wir haben einiges geschafft. Wir haben Kolonisten in die Kolonien geschafft. Wir haben aber leider noch nicht so viel Geld verdient. Dass ich weitere Plantagen groß bauen konnte. Eine Zuckerplantage habe ich mir leisten können. Ein Schiff. Ich hoffe das ändert sich in der nächsten Runde. Wenn ich mehr Transportkapazität zur Verfügung habe. Und um mehr Geld zu verdienen. Damit alles ein bisschen schneller geht. Und dann würde ich auch ein drittes Schiff nehmen. Um eine weitere Insel zu entdecken. Und dort auch mit der Kolonisierung anzufangen. Denn ich vermute. Dass mein Gegner die Portugiesen. Dass sie viel viel weiter sind. Wir haben noch keine Berührungspunkte mit diesen gehabt. Das heißt wir mussten noch nichts ins Militär investieren. Was wird sich garantiert ändern. Ab dem Moment, wo ich tatsächlich unmittelbare Grenzen mit den Portugiesen habe. Ich darf mich recht herzlich dafür bedanken. Dass ihr eingeschaltet habt bei dem Pretty Old Pixel. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Nicht nur in diese Replay-Folge. Sondern auch in die anderen Replay-Folgen auf unserem YouTube-Channel. Und ich möchte euch gerne auf unseren Blätteramt hinweisen. Jeden Dienstag ab 20 Uhr auf Twitch. Blättern Selma und ich durch eine Computerspiel-Zeitschrift. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch mal Gast bei dieser Sendung seid. Bis dahin darf ich euch wie immer alles, alles Gute wünschen. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.